So, dann melde ich mich wieder vom Wochenende zurück. Habe ein bisschen die Märkte gescreent. Komplett. Wochensetups kann ich nicht erstellen. Allerdings sollte das auch nicht weiter tragisch sein, denn letzte Woche war ja mehr oder weniger die Woche mit den Setups, die so gut wie alle perfekt aufgegangen sind. Wenn man hier das Euro-Australische Dollar Setup nimmt, war hier eben zwei, drei Mal auch in den Videos erwähnt, immer wieder wiederholt, dass es ein Daily Close nur, dann wird nur der Stopp gezogen unter dieser Marke und Kursziel war eben bei 1,4,9 australische Dollar genannt. Ist dann, wie gesagt, die Empfehlung kam hier hier unten. Waren im Hoch sogar über 400 Pips möglich. Hier das Palladium Setup habe ich am 4. vorgestellt. Das erste Kursziel ist auch weit übertroffen worden. Das zweite, ja, nach diesen Kerzen sollte man auf jeden Fall die Hälfte der Position mal schließen, aber eine, die nächste Aufwärtswelle sollte dann Richtung 600 US-Dollar beziehungsweise 590 dann laufen. Also auch top und sollte niemand im Minus sein. Auf Xetra lief ja am Freitag noch ein Setup, habe ich ja Nacht hervorgestellt. Lief ja vorbörslich rein, konnte man schon Verkäufe machen mit über 100 Punkten Gewinn. Und hier lief es dann eben auch noch im Tagesverlauf rein. Die Prämisse war eben kein Tagesschlusskurs unter 10.600 Punkten oder jetzt eben hier 606 und eben die Kaufzone war bei 10.710 beziehungsweise 10.660 angegeben. Nachbörslich stehen wir, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, schon bei 10.850. Also sind hier aktuell auch schon 150 Punkte im Plus. Bei Gold das ist das alte Setup. Wo habe ich das andere Gold Setup? Das habe ich hier. Das sind für die neuen Werte. Hier war das Gold Setup. Habe ich die Marke auf 10.067 runtergesenkt. Erster Kurs zieht sie sofort. Hier ist dann exakt kurz davor erst mal im 1-Stunden-Chart nicht über die Marke drüber. Dann eben konnte es auch das nächste Kaufsignal generieren. und hier ist jetzt natürlich ein kleiner Rücksetze noch möglich. Ab dieser Marke 10.090 sollten eben noch mal 6-7 Dollar angelaufen sein, angelaufen werden und hier, spätestens hier sollte man dann auch für die nächste Position auf alle Fälle Gewinne mitnehmen. Kurzfristig. mittelfristig könnte hier wirklich ein Ausbruch jetzt erfolgt sein, denn auch zum Beispiel Baric Gold ist nur einer der Werte, die ich auch im Laufe der Woche noch schon vorgestellt habe, immer darauf hingewiesen habe. Hier ist eben der Ausbruch jetzt auch über der 8 US-Dollar Marke geglückt. Also hier sollten auch noch Gewinne folgen. Kommen wir kurz zum DAX, was nächste Woche eben möglich ist. Das habe ich hier mitgebracht. So, also wir sind ja hier in dem Bereich von etwa 10.700 am Freitag auch noch Long gegangen und Kursziel war eben 10.900. Hier kann man es eben leicht senken, die Marke. 10 Punkte etwa. Das restliche Kurspotenzial wären zwar auch noch 100 Punkte, also einfach nur den Stopp nachziehen, Teilverkäufe tätigen und dann spätestens an der 11.000er Marke könnte man dann Montag beziehungsweise Dienstag oder eher wahrscheinlich schon gleich Montag Probleme bekommen. Und seit es sich hier eine schöne Umkehrkerze ergeben, werde ich, wenn ich am Rechner sitzen sollte, ein kleines spekulatives Short-Setup dann vorstellen. Aber so ist erst mal nur bis Mitte der Woche erst mal der Plan, dass es noch hoch geht, aber nicht sofort in die Short-Position eingehen, sondern abwarten. Definitiv, der Markt kann auch, wie jetzt Amerika am Freitag vollzogen hat, auch komplett durchziehen. Also hier muss man aufpassen, auf keinen Fall direkt Short gehen. Sonst, welche Setups waren noch? Achso, genau, noch das Bund-Future-Setup habe ich zwar jetzt nicht hier direkt im Stream, aber in den Artikeln und auf Gottmode eben veröffentlicht. Und wenn man jetzt hier sieht, die Pfeile sind immer noch so geblieben, hat er tatsächlich auch direkt an der unteren Marke beziehungsweise die untere Marke eben erreicht und dort gedreht. Also, ich habe zwar nicht viele horizontale Linien drin, aber wenn, dann haben sie wirklich eigentlich eine Aussagekraft und das ist ja auch gut so. Was will ich da 100 Linien anzeichnen? Bringt ja nichts. Okay, danke für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, morgen melde ich mich dann mit einem Video wieder wann genau kann ich nicht sagen, aber im DAX sollte dann jetzt hier erstmal alles klar sein, teilweise Teilgewinne mitnehmen oder eben nur den Stopp nachziehen. Danke und bis morgen. ols